Bazzi meinte Rohat, Geld, dass er aufspielt, jo. Bazzi meinte Rohat, bekommt, dass er Geld... Digga, diese Politik braucht ihr gar nicht mit mir zu machen hier, Chat. Das RP bleibt genau das gleiche, ob nun gewisse Streamer Geld bekommen oder nicht, was soll die Scheiße? Hat sich dadurch das RP verändert? Ein Server ist ein Server, wo man Roleplay spielen kann und ein Server ist auch ein Geschäft. Das ist eine angemeldete GmbH-Hobwie. Das ist eine GmbH, das ist nichts irgendwie hinter der Hand oder sowas. Das ist eine richtige GmbH. Jetzt mal Spaß beiseite, Chat. Ich frage euch eine Sache. Sagen wir mal, irgendwelche Streamer würden in diesem Projekt mit drin sein und verdienen anteilig Geld. Wäre das schlimm? Jetzt mal ehrlich, wäre das schlimm? Wäre das schlimm? Solange das natürlich nicht so Casino-ähnlich ist. Irgendwie, dass man sagt, ey, die Leute werden abgezogen oder sowas. Ihr wisst, was ich meine. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Das ist sogar, das ist ein Geschäft, was laufen muss. Da steckt viel Arbeit hinter. Es gibt Leute, die es bewerben. Es gibt Leute, die es bearbeiten. Das ist nichts Schlimmes, nichts Verwerfliches. Also sagen wir mal, Rohat bekommt Geld dafür. Ich küsse euer Herz als seine Community. Wallah, müsstet ihr euch darüber freuen. Ihr müsstet euch darüber freuen. Aber ich bin ein Mensch. Ich mag es nicht, über Geld zu reden. Ich mag es nicht. Ich mag es überhaupt nicht. Ich mag nicht zu sagen, wie viel ich auf Konto habe, wie viel ich verdiene, wie viel ich verdienen kann, was ich verdienen kann, wo ich Geld rausbekomme. Geld ist kein schönes Thema. Raid, Shadow Legends? Bitte nicht. Natürlich nicht, Nico. Natürlich nicht. Ich habe den Fehler einmal gemacht. Da wusste ich aber nicht. Ihr wisst ja, ihr wisst ja, Chat. Ihr wisst ganz genau, mittlerweile, ich bin jemand, der nicht viel im Internet weiß. Also ich kenne nicht viele Leute im Internet. Ich kannte gar keinen. Ich kannte am Anfang von meinen ersten Streams unsympathisch nicht. Diese ganzen krassen Leute, ich kannte sie nicht. Ich hatte ja keinen Bezug zu denen. Ich war einfach irgendein random dicker Streamer aus Kiel, der einfach nur Roleplay gespielt hat. Ich kannte es nicht. Ich kannte die Leute nicht. Ich habe mich nie mehr richtig mit denen befasst, Chat. Deswegen hatte ich damals Raid, Shadow angenommen, weil mein damaliges Management gesagt hat, nicht verwerflich, alles Chorall. Klar, Bro, Vertrauen ist da. Ich mache, okay. Ich spiele das Spiel und die sagen, boah, dies, das, Geld, pay to win, zack, zack. Nachher, das war mein Fehler, nachher habe ich mich darüber erkundigt und habe gesehen, das ist kein gutes Spiel. Deswegen würde ich es auch nie wieder noch... Wisst ihr, wie dreifach vorsichtig ich bin? Schaut doch mal nach, Chat. Wer sind denn meine Partner jetzt gerade? Schaut doch mal nach. Ich kann es euch zeigen. Hier. Das ist mein einziger Partner. Gerade momentan Rotterdrop. Ab 1.7. Alhamdulillah. Zack Plus. Mein Partner. Ich habe Wasser Drop. Ich habe Zack Plus. Ab 1.7. Nee, nee, das ist keine Rechtfertigung. Leute, ihr seid meine Community. Und ich rede mit euch darüber, weil ich euch da schuldig bin. Das ist keine Rechtfertigung. Ich küsse euer Herz. Ich, ihr... Guck mal. Ich möchte auch, dass diejenigen... NordVPN war nur ein Monat. Das ist schon ein Monatsding gewesen. Ich möchte, dass diejenigen, die mir zuschauen, die Zeit bei mir im Stream lassen, dass sie wenigstens wissen, dass ich einige Sachen nicht toleriere. Versteht ihr, was ich meine? So. Deswegen sage ich, Display ist auch nicht mehr mein Partner. Ich will gucken, dass ich gute Partner bekomme. Langfristig so auch ein bisschen was mit meinem Typ jetzt mittlerweile. Wasser Drop. Wegen meiner Ernährung. Passt perfekt zu mir. Zack Plus. Passt perfekt zu mir. Ich schau und mal gucken, der nächste Partner. Vielleicht plane ich auch gerade was eigenes. Wer weiß. Vielleicht plane ich auch irgendwas eigenes. Ging darum, dass Rohat angeblich Geld bekommt und Batzi nicht, damit du Bescheid weißt. Alles gut. Chat, in diesen Themen, da muss man sich nicht reinversteigern. Viele Hintergrundsachen wisst ihr nicht und muss man auch nicht öffentlich darüber reden. Ihr könnt einfach sicher sein, dass ein Rohat eine ehrliche, coole Socke ist, der keine Sachen machen würde, um jemanden zu betrügen oder sonst irgendwas. Ich sag's nur. Ich sag nur. Wie gesagt, ich feiere das überhaupt nicht, über Geld zu reden. Auch nicht über diese Grand Deals und sowas. Ich bin nicht der Art von Streamer, der sagt. Du willst also, dass ich auf deinen Server spiele? Okay. Was zahlst du? So fang meine Diskussion niemals an. Niemals. Niemals. Es werden erstmal alle anderen wichtigen Fragen gefragt. Was wichtig ist? Womit macht ihr euer Geld? Wie kommt das und das? Dieses Projekt muss sich von dem anderen Projekt komplett unterscheiden. Das soll nichts miteinander zu tun haben. Es gibt viele verschiedene Sachen. Bist du noch auf Grand? Ja, ich bin noch auf Grand. Aber ich überlege auch, es danach nicht mehr anzunehmen. Chat, ich sag euch ehrlich, wie es ist. Der Grand Deal hat mir sehr, sehr krass geholfen. Denn, ähm, 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 ich konnte dadurch meine Insolvenz bezahlen, ja? Ich hab durch den Grand Deal, ich bin danach Plus, Minus, Null gegangen, nur für diesen Grand Deal. Und ich bin froh, dass, Alhamdulillah, dass es geklappt hat. Versteht ihr, was ich meine? Ähm, und ich sag eine Sache. Wie gesagt, Hope V ist ein Server, der eine GmbH ist Plus. Er bezahlt Mitarbeiter. Teamler werden komplett bezahlt. Die kriegen gutes Geld, weil sie so viel Arbeit machen, Chat. Versteht ihr, was ich meine? Hope V ist kein Kindergartenprojekt. Hope V ist kein Projekt von irgendwelchen 0815-Developern, die aus Spaß ein paar Stunden mal am Server arbeiten. Das sind Leute, die 24 Stunden an diesem Server hängen und die gehören verdammt nochmal bezahlt. Genauso wie Leute, die es bewerben. Wenn das so ist, wo ist das Problem? Wo ist das Problem? Ich küsse euer Herz. Wo ist das Problem? Aber weshalb warst du so verschuldet? Kann ich euch ganz einfach sagen, eigentlich redet man über sowas nicht. Aber ich war damals so zwischen 17, 18, 19, ich hab sehr viel Casino gespielt. Und deswegen weiß ich am eigenen Leib, wie dich dieses Siff, dieser Schmutz, dieser Dreck in den Ruin treiben kann. Okay? Und so welche Fragen, wie verdienst du an Hope, werde ich euch nicht beantworten. Weil ich sag euch eine Sache. Der Mensch ist nicht anders. Man sieht ihn aber dann anders, wenn man über Themen spricht. Und so welche Fragen sind keine schönen Fragen. Deswegen feiere ich auch nicht, jetzt nicht Marc Eggers als Person, sondern die Fragen, die er stellt, da würde ich gar nicht mitmachen. Wie viel Geld hast du auf Konto? Ich küsse dein Herz, Bruder. Meine fünf Kinder sind gesund. Meine Frau und ich lieben uns. Wir sind glücklich. Alhamdulillah, fertig. Was? Wie viel Geld hast du auf Konto? Warum? Warum müssen wir über so welche Themen reden? Was ist daran interessant? Es gibt Leute, die verdienen 1500 Euro im Monat und kommen mit ihrem Scheißgeld nicht klar, weil der Tank so viel ist, weil Kindergarten so teuer ist, weil die Versicherungen teuer sind. Was? Wie viel Geld hast du auf Konto? Was ist man für jemand, der fragt, was für Geld du auf Konto hast? Ich küsse euer Herz. Was interessiert euch das? Warum denn? Wen juckt es? Frag nochmal, wie viel Geld hast du auf Konto, wenn du erfährst, dass du Krebs im Endstadium hast. Frag nochmal. Einer der Krebs hat, der spuckt dir ins Gesicht bei dieser Frage. Einmal, ein, zack. Kann alles anders sein. Ich hatte vor drei Jahren, vor drei Jahren, Chat, hatte ich einen kleinen Pickel hier. Hier. Das sieht man ein bisschen. Sieht man diese Narbe hier? Warte, so. Ein kleiner Pickel. Der ist so groß geworden. Dann ist er so groß geworden. Und ich meinte, ey, das kann nicht sein, da ist Eiter drinne. Was habe ich gemacht? Ich habe natürlich, bin ich nicht zum Arzt gegangen, ich habe mit einem Teppichmesser da rumgeschnitten. Heiß gemacht natürlich, weil ich denke, yo, Digga, verbrennen die Bakterien da rauf, Bruder. So, äh, ich zünde das an, schnitz das bisschen auf. Ich denke, da kommt Eiter raus, ich drücke, ich drücke, kommt nichts raus. Nächsten Tag, ich habe Fieber des Todes. Ich bin so wie ein Zombie, ich bin so im Bett. Ich sage, okay, ich gehe lieber zur Apotheke und hol mir irgendwas. Ich gehe zur Apotheke, ich zeige dir das. Sie sage, sind Sie verrückt, gehen Sie zum Arzt. Ich sage, das ist doch nur ein Pickel bestimmt. Sie sagt, Sie gehen sofort zum Arzt. Hör zu jetzt. Ich gehe Notaufnahme, also zum Arzt, ganz normal. Ich zeige dir das. Sie sagt, so hatten Sie Fieber. Ich sage, ja, ich hatte Fieber, ich glaube immer noch ein bisschen. Boah, die sagt, gehen Sie sofort ins Zimmer, also eine Zimmernummer hat sie mir gesagt. Ich gehe rein, da kommt der Arzt, der hat mir das nochmal richtig aufgeschnitten und so einen Stab mit Watte reingeklatscht. So, ich hatte das Gefühl, da kommt hier wieder raus von hier rein und hier wieder raus. Das war so heftig. Ich habe mich so festgehalten und mein Freund, den habt ihr mal vielleicht im Vlog gesehen, der Heider, der war dabei, der hat mich festgehalten. Der Arzt meinte, legen Sie sich hin, wenn Sie das sehen, werden Sie ohnmächtig. Sie sagt, nein, nein, ich werde bei sowas nicht ohnmächtig. Oder der hat das gemacht, diese Schmerzen, ich mache so, und das war übel. Ich kann Schmerzen ab, aber das war nicht normal. Und jetzt hört mir mal zu, Chad. Jetzt erzähle ich euch mal, was für Leute wir sind, wenn wir uns ein bisschen in die Luft heben. Das war ein Haar, ein Haar, ja? Hier, ein Haar, was in die falsche Richtung gewachsen ist. Ich hatte eine Blutvergiftung, die ging bis hier, bis hier, mein ganzer Arm, Blutvergiftung. Ich war 13 Tage am Tropf mit Antibiotika, und nach den 13 Tagen musste ich noch Tabletten nehmen. Ich küsse euer Herz, da seht ihr, wie schwach wir Menschen sind. Wer sind wir, dass wir uns über andere Leute erheben und urteilen, wer schlecht, wer gut, wer dies, wer das? Hier ist ein Haar, kann uns kaputt machen. Das sind wir. Ein Haar. Wen wollt ihr was erzählen? Also frag nicht, wie viel Geld du verdienst. Frag nicht. Frag einfach nicht. Wenn es dich nicht angeht, wenn es nicht ums Geschäft geht, frag nicht. Das ist keine Frage, die dir einen Mehrwert bringt in deinem Leben. Versteht ihr, was ich meine? Es ist nicht böse gemeint, und ich sag's auch nicht, um euch irgendwie zu kritisieren, auf gar keinen Fall. Ich sag's einfach so, weil ich so denke, und fertig. So. Und mit Monta hab ich natürlich keinen Streit. Ich hab, weil viele Leute denken, weil wir nicht oft Storys machen, dass wir Streit haben oder so. Deswegen sag, hab ich im Insta gepostet, so, obwohl wir Streit haben, dies, das. Viele kommen und sagen, ey, warum hast du mit Monta Streit? Ey, wir haben keinen Streit. Ich sag einfach nur, Chad, ich habe auch Fehler. Ich bin auch sauer. Ich, ich flüg auch bestimmt mal irgendwo. Es, es, es gibt keinen Menschen, der, 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 der keine Fehler macht. Aber wir müssen zu unseren Fehlern stehen, das ist kein Problem. Das ist kein Problem. Und wir müssen unsere Fehler einsehen. Und wir können auch mal annehmen von anderen Leuten. Nicht so beharrlich auf unserer Meinung festbleiben. Nee, ich hab recht und du nicht. Ja gut, Bruder, wenn du denkst, das bringt dich weiter. Ich küsse euer Herz. Ich will nur damit sagen, Chad. Ähm. Inschallah bekommt ihr alle das, was ihr wollt, ohne dass es jemand anderem Schaden zufügt. Und ich hoffe, ihr und eure Familie bleibt gesund. Aber vergisst eine Sache nicht und das ist sehr wichtig. Alles, was ihr gerade um euch rum habt. Was ihr anhabt. Was ihr auf dem Konto habt. Das könnt ihr alles nicht mitnehmen ins Grab. Nichts davon. Absolut nichts. Mehr, mehr will ich nicht. Denkt nur darüber nach. Mehr will ich nicht. Wie ihr das aufnehmt, ist kein Problem. Aber wir können nichts mit, nämlich meine Socke. Versteht ihr, was ich meine? Außer unsere Taten. Ich küsse euer Herz, Chad. Ähm. Wie gesagt. Wir machen alle Fehler. Und das ist kein Problem. Wir können uns auch gerne darüber aufeinander aufmerksam machen. Aber sehr wichtig ist, Chad, sehr, 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 sehr wichtig, dass wir nicht mit den Fingern auf uns zeigen und sagen, poah, guck mal den an. Der macht das und das. Ja, Bruder, vielleicht machst du aber das und das. Warum ist seine schlechte Tat schlechter als deine schlechte Tat? Warum? Warum? Bist du besser als er? Hast du mehr Geld als er? Nein. Ich küsse euer Herz. Ich bin gerade momentan, wahrscheinlich auch, weil ich gestern wieder bei meiner Familie war, sehr, sehr, sehr glücklich. Alhamdulillah, sehr, sehr, sehr glücklich. Ähm. Äh. Ja, wie gesagt, sehr, sehr, sehr glücklich. Es läuft alles gut. Das Projekt läuft gut. Äh. Die Leute sind zufrieden. Und wenn jemand nicht zufrieden ist, wird sich drum gekümmert. Und wenn man dann immer noch unzufrieden ist, dann kann man das Projekt verlassen. Das ist alles kein Problem. Ähm. Wie gesagt, ich wünsche euch das Beste vom Besten. Und das ist kein Spruch von mir. Das ist eine Dua von mir. Ähm. Lasst die Leute. Lasst die Leute in Ruhe. Lasst uns nicht über jeden Urteil. Ja, ich küsse euer Herz. Ich danke euch. Ich weiß nicht. Ich habe einfach mal angefangen zu reden. Mir war ein bisschen, ein bisschen in meinem Kopf. Ja, also tut mir leid. Ähm. Ich bin, wie gesagt, ein ganz, ganz einfacher Mensch. Ein ganz, ganz einfacher Familienvater. Und, äh. Egal, was ich an Geld verdiene oder was nicht. Für mich, für mich, für mich, bis jetzt, ich habe das Geld in der Hand. Das ist nicht in meinem Herz. Und das ist sehr, sehr wichtig für mich. Und wer erinnert mich daran? Ja, meine Religion. Aber meine Frau auch. Meine Frau auch. Die hält mich fest. Und lässt mich bodenständig bleiben. Also. Ganz wichtig. Sucht. Wenn ihr einen. Ich wünsche euch allen den besten Partner. Ich wünsche euch allen den besten Partner. Denn eine Partnerschaft ist sehr, sehr wichtig, weil man sich gegenseitig die ganze Zeit motiviert. Weil man sich gegenseitig die ganze Zeit motiviert. Das ist sehr, sehr wichtig. Jobcenter bester Partner. Der war auch jahrelang mein Partner, sage ich dir ehrlich, wie es ist. Aber war immer wieder schwierig, mit denen zu sprechen. Lass uns Good Vibes versprühen. Lass uns nicht in dem, was wir tun, egal in was, einfach nicht so fanatisch sein, übertreiben. Lass einfach die Mitte finden auf entspannt. Ganz Suche. Lass uns nicht in dem, was wir tun, 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 was wir